Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einem neuen Live Commentary hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Herr Dunkelberg aka Atomix aka der Boss aka das Beast. So, wir spielen heute eine ganz spezielle Sache und zwar Black Ops 1. Was ist so speziell daran? Wir spielen jetzt auf der Wii. Und zwar spielt man online eine Runde Team Deathmatch. Ich habe gerade vorher eine Runde gespielt. Meine allererste Runde, die ich je gespielt habe online. Leider konnte ich die Tonne aufnehmen. Es hat voll von grossen Ding. Ich hatte keine Planung. Vielleicht halte ich jetzt die zweite Runde. Keine Angst, Jungs, ich habe nichts verpasst. Ich bin 1 zu 3 bis zum Spiel rausgegangen. Aber wir probieren es einfach mal. Zweite Runde. Let's go! So, oder wir spielen... Oh nein, wir spielen frei für alle noch besser. Eine Runde frei für alle. Wie gesagt, auf der Wii. Und mit der Wii kann man nicht gamen. So, ja, es gibt tatsächlich Leute, die spielen das Spiel auf der Wii online. Ich bin selber überrascht. Aber jetzt gerade hier auf frei für alle sieht es schlecht aus. Versuchen wir es noch einmal bei TDM. Seht ihr? Neun Spieler von 555. Das sind es 3 und das sind es 509. Ah! Let's go! Dann geben wir noch eine TDM. Und wir gehen wieder rein. Off Grid. TDM. Nice one. Mit der Wii Motion. Höchst präzise. Ich habe es voll im Griff. Also wirklich voll. Wo ist da einer? Oh! 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 Nein nein. Hey! Die Hände ist gehalten. Die Hände stehe! Die Hände ist gehalten. Einfach sprayen, einfach sprayen, 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 spray! Nein! Seht ihr die Jungs hier? Es gibt Leute, die es wirklich ein höchstes Prestige in dem Game of the Wii. Also keine Ahnung, ob diese keine anderen Konsole leisten, können sie leisten. oder ob sie es einfach feiern. Wenn du auf der Wii gut bist, dann ist es ja wirklich nur Bobs als Gegner 100 Pro. So. Ich sehe gar nichts. Sobald ich so hin und her schaue, ist alles so verschwommen irgendwie. Da kenne ich gar nichts. Oh nein, 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 ich pisse das. Nein, ich sehe es, ich kann pissen. So. Also. Unser Ziel heute ist I-Kill. Oh, 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 oh. Schon tot, leider. Schon tot. Dahinter ist einer nicht. Das kann ich nicht sehen. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Habe ich ihm einen Turn-On geben? Ich bin einfach zu lahm. So. Wo sind die Gegner? Oh, die haben einfach Schiss von mir. Ich wollte sie so zerficken. Oh, was? Hm, da gibt es keine Abschusskamera, fällt mir gerade auf. Ich kann gar nicht schauen, wie die gegamed haben. Hey. Oh, fuck dich. Gott, verdor ich nochmal. Hure, so moore. Das ist eigentlich nicht. Oh. Ich gebe ihm den Headshot. Hunderten Prezi und hunderten Prezi. Irgendwie schüttelt es um nachzuladen, nicht? Ja, voll. Alles klar. Wow. Ich gebe ihm einfach den Headshot des Todes. Ich habe ihn so rasiert. Oh mein Gott. Alles verkaufen. Hey. Hey. Komm, jetzt lauft mal. Das Gegner finden. Was sind die Gegner? Da sind die Kringbo. Und die Bölze. Komm. Dort ist etwas gewesen. Was? Ich wollte keine Muni mehr. So, jetzt ficken wir die von hinten. Nein! Mudi gudi! Alles klar. Ist einer gewesen, ich habe nicht gesehen. Der kommt da, der kommt da, der kommt dort. Nein! Nein! Oh, fuck, nur ein Assist. Wenn ich so heftig Prezi am Stark habe, da kommt nur ein Assist. Das ist jetzt mal mega fies. Gegner. Wie ist das denn? Alles klar. Heftig Jungs. Zwei Kills haben wir schon. Wir gehen auf 100 Plus Jungs. Wir gehen auf 100 Plus. Ja, in Tyrion gehen wir auf 100 Plus. Lass mich einfach. Hey. Was? Alles klar. Irgendjemand war im Last Stand. Der ist jetzt grepiert. Scheinbar. Oh, das ist ein Claymore. Hey, der WSDF Mann. Er hat auch keine Hobbys. Oh, der Sohn, ey. So. Das ist wirklich meine zweite Runde. Ich weiss. Man denkt, ich kenne das schon seit Jahren. So gut wie ich spiele. Aber es ist wirklich meine zweite Runde. Off the Wii. Hier ist einer. Hier ist einer. Schau doch. Schau drüber. Oh mein Gott. Wo? Was? Hä? Nein! 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 Wuh! Zerperste alles Jungs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, komm. Nein! Ich muss nachladen. Nein! 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 Nein, nein! Kill mich nicht. Warte einfach hier hinten bis ich komme. Wo ist der? Ist der weg? Ist der tot? Ah, nicht. Der hat sich sicher abgehauen, weil er Schiss bekommen hat vor meinem Aim. Dann gehe ich jetzt auch mal davon aus. Jungs, ich bin...oh mein Gott, das ist schon der Kill. 5 zu 8, ich bin fast positiv. Fast positiv du. Oh mein Gott. Was für eine Intensität. Wow. Heute machen wir eigentlich die Gumpen. Aber hier ist die Brücke. Messere. Hier ist Gumpen. Jetzt sind wir scuffen, Jungs. Jetzt wird es scuffed. Gibt es eigentlich einen scuff-Controller auf der Wii? Falls es nicht gibt, ich habe jetzt einen. Ich traue ihn nicht. Für den scuffen. Neu! Der wies DF Mann. Er ist einfach ein heftiger Krieger. Schaffen wir einen scuff in the Kill. Einer ist scuff...oh, hier ist einer. Da holen wir raus. Dann scuffen wir weg. Jungs, scuffen wir weg. Nein, ich sehe nichts. Nein. Hallo. Hallo. Digga. Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scuff, scuff, scuff. Ich ziehe gar nicht. Ich schweig nicht. Ich ziehe nicht. Jetzt zieh doch dort. Schmech. Ja, du dich nachladen. Hey. Digga. Ich kann nicht durch. Hier holen wir uns. Hier holen wir uns. Hier holen wir uns. Hier holen wir uns. Ich kann jetzt einfach durch. Hier holen wir uns. Hier holen wir uns. Und es schaffen. Hier holen wir uns. Was? Hey. Miguel Ankel. Das ist vielleicht ein minderwertiges Stück Scheisse, Junge. Was? Was? Hey, wieso habe ich jetzt meine Schrotflinte in der Hand? Digga. Was, Mann? Der mich backtubed oder was? Mein Gott, ey. Lauf. Lauf. Nein, das Spiel ist vorbei. Ähm. Ähm. Gell noch? Okay. Naja. Fünf zu zwölf. Fast positiv gegangen, Jungs. Aber schaut dir an, Mann. Ich spiele da. Ich sehe noch, ich will aus meinem Team 24-9. Und ist irgendein höchst Prestige nicht mehr normal. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls nicht, fickt euch. Falls es doch geile ist, ich habe wieder mal reingehaut. Langkao. Auf jeden Fall.